Yo Leute und Zuschauer da draußen, herzlich willkommen zu einem neuen Video und ein pieplisches herzlich willkommen. Wir spielen heute Get Down. Ich bin kacke, Get Down, ich spiele Get Down wirklich so selten. Und mit dabei habe ich übrigens den Justin, den habe ich jetzt übrigens noch nie vorgestellt. Ja. Hi. Hi. Bevor ich wundere, diese Aufnahme findet direkt nach der... Was habe ich gerade gespielt? Skywars. Skywars-Aufnahme statt. Ich habe bis jetzt noch keinen Dings gesehen, keinen... Nein, ich versuche nicht, dass sie kommen wollen. Immer diese Saftmenschen. Immer diese Saftmenschen. Ich glaube, Leute, wir machen einfach einen Saft-Clan auf und da kommen alle Leute rein, die den Namen Saft haben. Ja. Alalala. Für die Leute, die das im letzten Video bzw. das letzte Skywars-Video nicht angesehen haben, ich habe einen neuen Skin. Und da bedanke ich mich auch nochmal bei meiner Creatorin. Für diesen Skin. Für diesen Skin. Ich sage Creator. Hä, Creatorin, habe ich doch von vornherein gesagt. Ähm. Nein! Oh! War das... Ich bin noch gar nicht. Ich lebe, also das muss man dazu sagen, aber es war ein bisschen dumm. Ich bin noch gar nicht gestorben. Dann hat es mir vor allem geweigert. Und hopp! Oha! Lala! Huh! Und! La! Oh! So, Leute, jetzt müssen wir... Jetzt müssen wir langsam hier mal die Zügel anziehen. Wir sind die Erster. Und, äh, müssen hier mal versuchen, den Laden dicht zu machen. Ja? Den Laden einfach dicht zu machen. Meine, wir wollen hier... Oh, du bist... Vor mir. Wir wollen hier mal gewinnen. Kann man noch ins Wasser? Ach, das ist gar kein Wasser. Das ist aus wie Wasser. Als ob du vorgehst! Als ob... Ja! Jawoll! Ja! 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 Pass im Moment! Ming... Mingolisch! Meine Fresse! Was ist denn heute los mit mir? Ich bin mit dem Brain... Wie heißen die denn nun? Mein Brain ist hier... Und mein Kopf ist hier. Also, das ist... Das ist echt, ähm... Geht einfach mal gar nicht fit. Sieht da hübsch aus! Auf jeden Fall! Bei denen könnt ihr auch mal da... Alalalala! Bei denen könnt ihr auch mal ein Abo dalassen. Ja, das sind zwei Kühle-Dudes, die jetzt letztens neu angefangen haben. Von 17.000. Ich meine, ich... Wenn ich... Wenn ich 17.000 Abos hätte... Ich würde mir dann... Ich weiß nicht, ob ich dann neu anfangen würde. Wenn ich mit der Gesamtsituation unzufrieden wäre... Oder bin, dann würde... Alter, ey! Dann würde ich das eventuell machen, glaube ich. Aber ansonsten glaube ich nicht. Ich habe 611 Coins. Dafür kaufe ich mir erst mal was Geiles. Ich habe 200! So, Teams sind verboten. Yo, Alter, ich habe mal den Hard Collect des Hardcores. Weil ich den mir noch nie geladen habe. Aber ey! Ich... Ja! Knüppel mich direkt nieder! Knüppel mich weg, Junge! Das ist doch einer der behindertsten Maps! Hau mich um! Ist klar! Hilfe! Das ist echt einer! Ich habe echt lange überlebt! Wat'n Scheiß! So, Leute, zweite Runde! Zweites Glück! Ich habe ja in der ersten Runde ganz schön verkackt. Aber wir sind nur auf insgesamt 6 Minuten gekommen. Oder wenn nicht sogar weniger. Wenn ich beim Karten da was rausgenommen habe. Ah! Der Pen hat mich runtergeschlagen. So, Justin immer noch dabei. Justin, äh, der dukt. Und... Ich bin übrigens gerade über YouTuber-Boxen auf den Gommel. Dass wir da auch... Also, ich auf jeden Fall da mal richtig Bock drauf hätte. Auch generell, wenn irgendwelche kleinen Server unter euch dabei sind. Dass man da einfach sagt, ey, Leute, wir können auch mal sowas machen. Oder wir würden das mal für dich organisieren. Das wäre ziemlich, ziemlich geil, muss ich sagen. Du kannst YouTuber-Rank auf einen Server bekommen, wo ich subbed bin. Ja, aber ich meine jetzt so... Ich meine jetzt so auch... Nice. Es gibt anscheinend schon Gewinner. Äh, ja, ich habe mir ein paar Punkte geholt, das reicht. Und... Auf jeden Fall, der Server, da sind so täglich manchmal 6 bis 7 Leute drauf. Ist jetzt zwar nicht übertrieben, aber der Server ist ja auch nicht so neu. Ich meinte so alt. Alles klar, können wir uns gerne mal angucken. Wenn es sich das hier gibt, kann man ja mal eine Review zu machen. Niederträchtig ist. Nur. Ich hatte, ich hatte letzte Runde gerade mal 200. Okay. Ja, ja, aber du bist auch gestorben. Also wenn ich sterbe, verliere ich meine Coins, ja. Na, aber komm, verlierst du einfach Coins. Ach! Ach, 80 bis 90 Coins verliert man dabei. Na, 418. Na, 418. Hi. 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 Du kannst ihn ab da noch nicht schlagen. Und genau hier war der Block. Hier war der Block. Ich hab mir letztens so eine MRG-Map gedownloadet, wo es auf den John Cena gab. Das ist ne Washer. Die zweite Runde verkacken wir einfach. Also, ich meine, die erste Runde, die lief ein bisschen besser. Ich hab nicht verkackt. Ich hab ja auch letztes in die Kommentare geschrieben. Äh, die Kommentare geschrieben. Ich hab auch letztes in dem Video gesagt. Leute, wenn ihr mal Bock drauf habt, mal wieder seit 10.000 Jahren nochmal wieder so ein Community Server zu machen, und dann wäre ich definitiv dabei, würde das auch alles organisieren. Das ist meiner. Geh weg, das ist meiner. Tschüss. Äh, wäre auch definitiv dabei. Aber man muss halt genug Leute finden, die darauf Bock haben. Ne? Na, ich war ja ständig drauf. Nur das Team. Ja, du warst ja ständig drauf. Das Team war ja nie da. Das war ja, ne? Das Team halt. Und, äh, alleine kann man das ja nicht wuppen. Deswegen, wenn ihr, ah, wenn ihr da Bock drauf habt, was soll das denn, Alter? Wenn ihr Bock drauf habt, mal ein Community Server zu machen, mit dieser ganzen Community, die wir haben, oder die wir auch nicht haben, je nachdem, wie man das sehen will. Ähm, es ist, man muss sagen, an einen Tagen ist es so, puf, Alter, ich erschlag dich jetzt mit Kommentaren und, äh, Community, etc. pp. Und an anderen Tagen denkst du, denkst, ja, ja, genau so ist das einfach. Und, äh, es ist halt immer wieder so, wo du dir denkst, okay, heute ist es mal einer dieser Tage, ne? Anderer Tag geht es schon wieder besser und das ist es einfach. Das ist einfach das, was ich richtig, richtig ausempfinde. So nach dem Motto, ich, ihr zeigt nicht, ich bin die ganze Zeit wirklich, ich hab die ganze Zeit keinen Bock auf dich, sondern ihr kommt sogar wieder. Naja. Dies ist schon knolkig, ich weiß gar nicht, ich sag das fast in jedem Video, wie kann man meine Videos gucken. Ich meine, ist, man, wie guckt man denn einem, äh, ne, ich meine, es gibt Leute, ja, das, das war jetzt auf jeden Fall sehr produktiv. Wow. Das war scheiße. Meine, ne, ich, gut, ne? Wir fehlen einfach teilweise echt die Worte, wie man gerade merkt. So, und nächste Woche, freitags, soll ja auch das neue Format kommen, von dem ich Justin zwischendurch erzählt habe. Äh, am Mittwoch kommt auch ein neues Format, da hab ich ja den Trailer zu hochgeladen. Justin, wie findest du denn den Trailer? Den Ballern. Hab ich noch nicht geguckt, ich weiß nicht, was los war. Was? Ich hab gewonnen. Isi. Wenn du rum... So, Leute, wir sind jetzt im PvP, was? Du wolltest mal gar nichts sagen? Ja, wenn du rumwachst, musst du sneaken. Hat mein Kumpel mir erzählt, weil er dauernd rumgebackt hat. Nein. Man muss sneaken, Justin. You don't say. You don't say. You don't say. You don't say. So, müssen wir mal schauen, wo hier irgendwelche, äh, Jungs, ihr... Ja, genau, baller mich mit dem Bogen ab, Alter. Ich hab ja auch nicht den ganzen Tag nichts anderes zu tun, als ob bei deinem... So leider würde ich mal einfach sagen, danke fürs Zuschauen. Bleibt geil und... Ich hab gewonnen. ...winnen abonnieren, denn Justin könnt ihr auch mal abonnieren. Unten in der Videobeschreibung. Also, meine Damen und Herren, hau rein! Ciao! Outro Outro Outro